Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda A Link Between Worlds. Wir sind hier im Skelettwald. Wir wollen in diesem Part eventuell mal zum Boss kommen. Vielleicht, wenn das dem Spiel genehm ist. Hilfe, ah Hilfe. Hilfe, meine Güte. Wie die es alle auf einen abgesehen haben hier. Wie komme ich da hoch? Hallo, wie komme ich da hoch? Wie komme ich auf die Plattform? Nein! Ich könnte schreien vor Freude natürlich. Die Hände. Und nun die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns freundlich sein. Herzen vielleicht, eventuell nicht. Nein, dann eben nicht. Von mir aus. Soll mir auch recht sein. So. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich auf die Plattform? Ich komme von hier aus nicht dahin. Ach, ich muss... Ich muss aufpassen. Wow. Ich weiß, wie ich da hin... Ich weiß, wie ich hinkomme. Ich muss... ...mich einfach hier rein machen. Haha, kriegst mich nicht. Ich bin in der Wand drin. Noob. Ähm, hä? 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 Ach. Okay. Ich weiß, was los war. Schneller. Okay. Oh Gott, geschafft. So, haha, kriegst mich nicht. Ich bin hier geschützt. Hahaha. Aber... ...die nächste Frage ist... Wie geht es weiter? Es muss irgendwie weitergehen. Ähm... Nur wie? Wie geht es weiter? Ham. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Hä? Ähm... So, ich bin hier. Und was jetzt? Was muss ich hier machen? Hier gibt es auch nichts Besonderes, ne? Ähm... Ich muss auf jeden Fall irgendwie... ...hier das dazu bringen... ...sich zu bewegen. Aber dazu müsste ich nach oben. Das war es hier also nicht. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Einfach die Hand drauf fallen lassen. Die Hand erledigt das schon für uns. Hoffe ich. Ja. Wie vermutet. So, und das bringt uns dann weiter. Okay. Der Dungeon ist an sich nicht schwer. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass der nicht so schwer ist. Und hä? 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 Was ist das? Wie? Was? Wo? Ah! Nein! Nein! Oh nein! Der bringt uns zum Licht. Och, Mann, oh! Hilfe! Oh, jetzt sind wir schon wieder hier! Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ich nehme mir mal... Ich gönne mir mal gerade ein Schlückchen. Was zu trinken. Moment mal. So, wieder da. Da hat sich gerade einer beschwert wegen Waschmaschine. Hat gerade meine Wäsche gewaschen. Und ja. Hab jetzt vergessen, die Wäsche rauszumachen. Hat mich dann freundlichst darauf hingewiesen. Okay. Hand. Da hab ich mir einen schönen Zeitpunkt ausgesucht, wie ich dann kurz pausiere. So. Dich besiege ich jetzt ein... Ah! Oh Gott! Scheiße! Aua! Nein! 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 Alter! Ich werd hier doch nicht verlieren jetzt wieder, oder? Ach, ich hab ja noch nen Trank. So. Du gehst mal weg. Dich braucht keiner. Ähm. Ich besiege euch wahrscheinlich mit Bomben, hä? So. Kurz verstecken hier. Oh, das ging ja aber flott hier. Nein! Oh Gott, nein! Knapp. War keine so gute Idee, jetzt schon die Bombe zu werfen. Bam! Okay, haben wir's geschafft. Ja! Die Hand müssen wir nicht besiegen. Und das Herz will ich haben. Nein! Egal. So. Oh, die Hand kommt auch gleich wieder. Bitte nicht. Au! Nein! Oh, knapp. Knapp, 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 knapp. Ähm. Ich glaube... Ich glaube... Das wird knapp. So, das wird... Den hier will ich haben. Ein kleiner Schlüssel. Na, das geht ja aber flott hier. Flotti. Und uns fehlt nur noch der große Schlüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann können wir auch schon zum Boss gehen. Was ist denn da los? Wieso geht die Tür zu? Wow. Ähm. Bitte keine bösen Überraschungen. Bitte nicht. Nein. Bitte keine bösen Überraschungen. Nein. Nur eine große Tür. Ähm. Ah, nein. Ich habe gesagt, keine bösen Überraschungen. Droppt mal einer ein Herz bitte für mich? Hat keiner ein Herz für mich? Kein Herz für Let's Player? Ahaha. Das Spiel hat kein Herz. Hm. Na, lassen wir das mal. Hä? Wie? Was? Wo? Warum? Ach, oh Mann. Ich habe mich schon gefragt, wie komme ich denn bitte da hin? So, was hat es damit auf sich? Oh. Ich mag keine Hände. Ich mag so große Krapscher nicht. Wah. Ähm. Hä? Liegt die Antwort etwa wieder in den Bomben? So wie es aussieht, ja nicht. Nein. Ähm. Liegt die Antwort jetzt darin, dass ich das schlagen muss? Was muss ich damit machen? Werfen. Ah. Okay. Das ist ja mal cool. Ich muss mich hier hinstellen. Nein. Oh. 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 Okay. Ein Auge ist offen. Und. Aha. Das wird wahrscheinlich sowas wie eine Treppe werden. Wo ist die Hand? Die Hand regeneriert sich doch immer. Oh. Die Hand. Ey. Ich habe keinen Bock auf die Hand. Ich gehe einfach so durch. So. Einen besiegen. Ähm. Aha. Die nächste Hand, die wird dann einen wohl dahin teleportieren. Also zu diesem Licht. Ich warte einfach. Jo. Passt so. Passt so. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie lange ich überhaupt aufnehme. Beziehungsweise. Wann ich jetzt den nächsten Part beginnen muss. Ähm. Ich behaupte einfach mal, dass ich das jetzt machen muss. Ähm. Moment. Ich muss gerade denken. Was? Denken? Wie denken? Nee. Nee. Oder? Der erste Part war ungefähr 30. Dann 20. Das sind 50. Dann nochmal 20. Sind... Nein. Doch lange nicht. Wir haben... Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Oh Gott. Das war knapp. So. Gehen wir weiter. Hier geht es auch nochmal raus. Was gibt es denn da? Ich bin ja immer in der Hoffnung, dass es hier ein Herzteil irgendwann gibt. Was? Eine Truhe? Okay. Was gibt es da? 50 Rubinen. Wir sind wieder reich. Aha. Hä? Moment. Waren wir hier nicht schon mal? Wir waren hier schon mal. Und unsere Herzen sind wieder voll. Oh Wunder. Vor kurzem haben wir noch so komisch ge... Gepiept und jetzt sind wir wieder voll. So. Dann gibt es da anscheinend nichts besonderes. Dat Auge. Dat will ich haben. Dat Auge. Wie komme ich aber da hin? Ist die nächste Frage. Ähm... Ich muss irgendwie da hoch. Nur wie komme ich da hoch? Ich verstecke mich mal hier. Wie komme ich da hoch? Äh. Wir sind ja ganz unten jetzt, ne? Ja, ne. Wir sind ganz oben. Das heißt, wir können nicht von oben runterfallen. Das geht schon mal nicht. Wow. Gott. Ähm. Was ist das Rätselslösung? Ist dann die Frage. Es muss auf jeden Fall... Oder Moment. Oder muss ich doch von oben... Von oben runterfallen? Das hieße ja, wir müssen wieder raus. Das muss das Rätselslösung sein. Ansonsten weiß ich nicht, was da... Was man da machen muss. Ähm... Okay. Tun wir das einfach. Gehen nochmal raus. Und springen. Wir müssen dann ja auf U1 landen, ne? Wenn wir jetzt hier runterspringen... Landen wir U1. Also landen wir hier. Okay. Das war schon mal falsch. Ja, klar. Weil... Weil es zu auffällig ist. Und weil das Licht von oben rein scheint. Das ist, äh... Die Antwort. Sozusagen. Das heißt... Ähm... Es muss irgendwo da. Da. Genau. Wah! Was? Es gibt zwei Eingänge. Der war es auch nicht. Okay. Haben wir den mal freigeräumt. Einfach mal aus Spaß. Jetzt einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. So. Dann... Springen wir in das andere Rinn. In das andere Ding da. Also hier. Und das müsste... Was? Hä? Hä? Und wie komme ich jetzt da hin? Hä? Hä? Ich check's nicht. Gerade. Krats, krats, krats. Erst mal. Ähm... 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 Hier war es nicht. Das war es auch nicht. Du gehst mal weg. Lass mich mal nachdenken. Mensch, ihr stört. Da gibt's auch noch mal. Okay, die waren falsch. Das heißt... Der musste jetzt aber richtig sein. Ja, der ist richtig. Ähm... Da ist das Auge. Da ist das Auge. Das werfe ich runter. So. Das haben wir schon mal geklärt. Dann gibt es hier ein Mastererz. Das heißt, wir können... Bald, ähm... Dingens machen. Unser Schwert verstärken. So, hier geht's auch noch mal. Okay, da geht's nicht. Weiter. Ich seh da aber noch eine Truhe. Das muss dann aber der Master... Der Master Schwert sein. Ja, das ist das Master Schwert. Wah... Werf! Oh, das Auge ist schwer. Oh. Wir können damit sogar Gegner besiegen. Oh, jetzt wird's aber knifflig hier. Wow. Jetzt wird's echt knifflig. Ich stell mich mal hier hin. Oh, die Hand, ey. Autsch. Nein! Nein! Wo ist das Auge jetzt? Na, das Auge ist schon wieder da. Komm her. Nimm mich! Und das Gute ist, die Hand zieht einem auch nichts ab. Das ist gut zu wissen. So, wie kriegen wir das Auge jetzt rüber? Ist die Frage. Geh weg! Wie kriegen wir das Auge rüber? Wir werden ja auf jeden Fall gehittet von dem Arm. Also von der Hand. Das kann echt... Oder wir müssen das... Wir müssen die Hand einfach besiegen. Die... Das dauert dann... Also es dauert dann bei ihr länger zum Respawnen. So, ich warte einfach. Hand. Na, scheiße. Hand. Hallo. Kommste mal. Ich brauch deine Hilfe. Ich muss dich besiegen. Nein! Oh, fail. Ähm. Kommst du? So, jetzt aber. Jetzt muss es klappen. Okay. So, jetzt. Schnell. Schneller. Schneller. Ich hab nicht ewig Zeit. Die Hand kommt bald. Oh, nein. Bitte nicht so schnell. Bitte komm nicht so schnell. Ich will nicht sterben. Ja, das passt locker. Das passt locker. Nervt nicht. So, weiter geht's. Bevor dann die Hand wiederkommt. Und uns wegschnappt. Wahoo. Alles klar. Wir kriegen jetzt die Schatztruhe. Mit dem großen Schlüssel. So. Jetzt können wir zum Boss gehen. Der war, glaube ich, ganz unten. Ja. Der muss ganz unten sein. So, nachfüllen brauchen wir eigentlich nicht so unbedingt. So, im nächsten Part werden wir dann, ähm, den Endboss hier besiegen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Und tschüss. 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 Vielen Dank.